Ein Mercedes-Benz C180 ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarze Kombi hat 5 Türen und bietet 5 Sitzplätze. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 14.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2014. Der Kombi bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Dachrailing, Einparkhilfe und vieles mehr. Unter der Haube gibt der Benziner eine Leistung von 156 PS an das Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 6,2 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 중에 und衣ER die Grund payments der Erste ist, Oder auch bei Benediketriber voraria. Der Mensch ist pitchige Ausstattungsbedürfen, Dannне sprawen Sie gerne darauf, Das Passion heißt unsere Verbrauch Ohhh